YouTube-Freunde, wo ist da der Bauerhaus oder was macht der? Ja, misten ist da angesagt. Während der 14 Tage Frost konnte ich da den Platz nicht mehr reinigen, das war alles angefroren und jetzt heute Nachmittag habe ich da mit Traktor und Hecklader und Gabel gemistet und abgeschort. Dann bin ich dann fast fertig, ja Gott. Ja, die warten da, die möchten wieder rein in den Stall, ich muss das schnell fertig machen. Und dann bin ich so schön. Wäre ja auch Zeit von halb vier. Auch die Bauer Hause möchte da fertig machen. Nachher gibt es Kaffeetime.